In einem Hadith von Ibn Majah heißt es, Der Gesandte Allah s.a.w. marschierte am Tag der Eröffnung mit weißem Banner in Mekka ein. Weiterhin ist überliefert, dass der Prophet seine Flaggen vor Feldzügen an die Muslime übergab, die in den Kampf zogen. Wahrlich, ich werde morgen die Flagge einem Mann übertragen, der Allah und seinen Gesandten liebt und den Allah und sein Gesandter lieben. Er überreichte die Flagge Ali. Nach dem Untergang des Kalifats wurden den Muslimen künstliche Grenzen, erfundene Nationalgeschichten und fremde Flaggen von den Kuffar auferlegt. Heute haben wir Muslime über 50 Staaten, über 50 Flaggen und über 50 erfundene Nationalgeschichten. Keiner dieser Flaggen repräsentiert den Islam, sondern nur den Sieg der Nichtmuslime über den islamischen Staat. Der Nationalismus wurde durch diese Flaggen in unsere Länder verbreitet. So entstanden Konflikte zwischen Geschwistern aufgrund von Grenzen, die es eigentlich gar nicht gibt. Wegen Geschichten der Vergangenheit, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Die Flaggen der einzelnen islamischen Nationen haben nichts anderes als Spaltung und Leid unter die Muslime gebracht. Jede einzelne davon. Mittlerweile hört man sogar von einigen Muslimen, der Krieg in Syrien ist nicht mein Problem, ich bin doch kein Syrer. Oder mein Land muss erst an sich denken, danach kann man erst den Palästinensern helfen. Seit über 100 Jahren werden diese fremden Flaggen den Muslimen vor die Nase gehalten. So kommt es vor, dass man als Muslim Stolz empfindet oder sogar emotional wird, wenn man die angebliche Flagge seines Landes sieht oder die Nationalhymne hört. Dieser Stolz und die Emotionen, die man empfindet, sind nichts anderes als falscher Nationalstolz. Der Prophet s.a.w. spricht, die Gläubigen in ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und ihrem Mitleid zueinander sind einem Körper gleich. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. Der Prophet s.a.w. teilt uns doch eindeutig mit, dass die Ummah wie ein Körper ist. Doch welcher Körper kann überleben, wenn er in über 50 Teile zerstückelt wird? Doch obwohl unser Körper in 50 Stücke gerissen ist, lebt diese Ummah noch. Sie muss sich wieder auf die einzige islamische Flagge zurückbesinnen. Auf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auf die einzige Flagge, die der Prophet s.a.w. genutzt hat. Mit der Flagge des Islam und der Einheit der Muslime wurden zahlreiche Länder für den Islam eröffnet. Millionen von Menschen fanden Schutz und Frieden unter der Flagge des Islam. Egal welcher Religion sie angehörten. So lasst uns die Flaggen ablegen, die uns trennen und schwächen. Lasst uns zusammen hinter der Flagge des Islam und der Muslime stehen. Und als Einheit wieder zur alten Stärke zurückfinden.